BIRKENBÄUME, da bist du ja! So, nachher mal ein bisschen rüberspannen, was der Björn da macht. Äh, noch nicht. Momentan baue ich erstmal einen Bunker und ich mache die Gläser und so später rein. Okay. Ich will erstmal die Höhe bestimmen lassen. Und dann brauche ich quasi einen viereckigen Holzblock. Okay. Bin kreativ, ich weiß. War total kunstvoll. Ja, später müssen wir hier am See auf jeden Fall auch noch einen Leuchtturm reinsetzen, weil ich meine, das ist einfach ein Muss. Ja, das ist natürlich klar, ne? So, merkt ihr mal 46 Minuten. Ja. Mikrofon muted. Gerade am Aufnehmen. Lang? Soll ich mir das 46 Minuten anmerken, oder? Okay. Ähm, du, wenn ich jetzt gleich irgendwie verschwinden bin, dann lüge ich mir das gucke, wie du für dich fertig bist. Und ich hab so ein bisschen Angst, wenn ich oben gekriegt bin, mit Maike, dass mir der zu viel sitzt, wirst du? Juhu. Wenn du jemanden scannst, hörst du, dann soll ich dich wegwinden. Also, ich glaube, soll ich nichts essen? Äh, wir machen gleich Aufnahmepause und wir machen was. Ah, okay. Ich nehme einen Pause. Okay. Ja, das habe ich schon mal gut gemacht. Mikrofon aktiviert. So, hatte ich gerade Besuch, sonst wie mehr. Hast du Besuch gehabt? Ja, das muss ich nachher rausschneiden. 46 Minuten? Nein, nicht Eichenholzbretter. Ah, ma. Ah, ich musste auch mal wieder neue Bretter holen. Äh, Holz holen. Ja, ne, aber ich muss sagen, mit dem Texturpeck bin ich echt noch nicht so... Also, es sah am Anfang ganz geil aus, aber jetzt so... Weiß ich nicht. Ja, du willst ja auch eher was, was realistisch aussiehst irgendwie, ne? Ja, genau. Ich fand ja das damals... Ja, ich ja jetzt zum Beispiel nicht. Ich finde ja, Minecraft muss nicht realistisch aussehen, weißt du? Also... Ja, ich bin da doch immer eher so ein bisschen hingeneigt. Damals hatte ich ja immer das von Hannibal LP, also als Gronkh noch Let's Played hat. Meine Craft hieß das mit Karin. Das sah immer gut aus, ey. Das gibt's nicht mehr? Ne, das gibt's nicht mehr. Leider, leider. Aber wir können ja nicht alles haben. Also, wenn du was Modernes willst, vielleicht haben die Zuschauer einen Tipp für dich. Ja, da ist bestimmt irgendwas dabei. Muss sagen, ich habe jetzt das genommen, was glaube ich ungebenutzt. Das ist halt unkreativ, aber mir gefällt das, weil es halt so Vanilla Style noch ist. So weiß ich nicht an alle Blöcke, was die was bedeuten. Alter, die Kuh trampelt wie ein Dinosaurier. Ja, manchmal sind die sehr laut, die Tiere. Pferde sind sehr laut, wenn man so schlägt, muss man sagen. Die Holzfahne ist so spannend. Warte, spannend. Die Holzfahne ist so spannend. Achso, ja. Da kann man ein schönes vorstellen. Der hat einen neuen Erfolg. Ja, Schmiedekunst. Du hast was Eisen gemacht. Ne, ich habe Eisen gebraten. So, klar, sehr schön. Ah, gleich sieht meine Axt kaputt. So, jetzt sind natürlich Fragen der Fragen. Warte ich mal ein bisschen. Ich weiß nicht mal, wie man Glau-Scheiben produziert. Äh, muss man die nicht schälzen? Also, Sand? Ja, ja. Sand? Ja, ja, ja. Dann pass ich natürlich für Schritt weiter. Ähm. Ich habe mal eben was essen hier. Nein. Cool. Äh, 5, 1 noch. Sechs. So, haben wir jetzt so. So, haben wir jetzt so. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, das wird hier ein paar Mal öfters passieren, kann ich dir sagen. So, mache ich das Dach noch ein höher, ich glaube. Wir müssen uns später ein Boot bauen, man ist zu lange. Bitte nochmal? Wir müssen uns später ein Boot bauen. Ne, wir bauen hier eine Holzbrücke rüber. Guck mal, da geht ja schon auf Schönheit hier, du. Ne, klar ist das eigentlich als Absicherung, damit halt nichts durchspringt. Vielleicht nochmal schlafen gehen, das ist schon wieder dunkel. Ja, das können wir tun, ich habe auch mein Bett ganz vergessen. Der schöne Sonnenuntergang wäre so schön. Ja, und wir haben auch ein bisschen Weizen und Baden nehmen können, das ist ja schön. Wie romantisch hier. Das hier auch, das hier auch und das hier auch. Da pflanze ich gleich mal nach. So, so, so. Gut. Hälte mich nicht. So. So. Alter, ich bin zu blöd, diese Eingang zu hier einzuspringen. Ach, Backe Brot. Ach, ne, ich bin schon wieder zu Ende. Ich gebe mir mal ein Brot. Du warst ja letzte Woche bei mir zu Besuch, ne? Ja. Dankeschön. Ich habe irgendwie mal länger geschlafen. Ja, das stimmt. Ja, umso mehr ich mich eingelebt habe, weißt du, umso... Geht das? So. Äh, Glas, genau. Da war ich. Jetzt halte ich das scheiß Bett schon wieder vergessen, ey. Du bist ja nur nicht mit mir zusammenschlafen. Das soll das bedeuten. So! Fuh, hauck! So weiter bauen. Okay, dann hätten wir das auch schon mal Birkenholz haben wir gerade verbraten sonst hätte ich das hier noch ausgebessert aber was soll's So, mache ich jetzt ein Steindach oder aus welchem Material mache ich das Dach Tja musst du wissen Glas modernes Haus Ich habe gerade an so einem Pflastersteindach gedacht Pflastersteindach Pflasterstein 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 Pflasterstein, verstanden Runden auf dem Dach oder was Pflasterstein Ziilen Pflasterstein 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 Ja, ich bin nicht grad schon so in so einer Hülle. Aha, alles ohne mich? So machst du's also, okay. Die Hülle ist nicht tief, die ist nur zum Stein erfahren, grade gedacht. Ähm... Ähm, ähm, warum geht hier nicht mit nach unten? Ach so, weil's ne Stein hacke ist. Ja, dies macht natürlich Sinn, ne? Das macht Sinn, hätte ich das mal vorher gewusst. Schwups, no. Hier ein Erdblock hin. Rot macht man mit ne Schaufel am besten, ne? Genau, genau. Sand, Kies, Erde. Alles mit der Schaufel. Komm ich hier nicht voran? Ne, 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 ne. Dat, dat, dat ist doof. Ich brauch ne Spitzhacke. Hilft nichts. Schuss. Du sollst mir einfach mal... ...herlaufen, ne? Bitte nochmal? Du sollst mir einfach mal eine eigene Werkbank hier hin bauen. Wollte nicht immer hin und her laufen. Das wäre klug, ja. Das hab ich auch schon getan. Fortgeschrittenes Handwerk. Ha! Was hast du denn jetzt erschütet? Merkmal. Ach so. Wollte auch keine gebaut. So, und dann kann ich... ...Haufe... So. Hinten wir das. Machen wir das ruhig... Machen wir das ruhig aus Eichenholz. Ja, Holz. Axt ist auch bald schon wieder kaputt. Ja, kaum sage ich es, ist ja kaputt. Tidiii. Ah, so und... so. So und... Umwo gleich mal hin, wo ich Erde bauen kann. Auffäll. Erde. Genau, ich finde, weil man irgendwann den Boden ja eh ausrutscht. Wofür brauchst du denn du Erde? Eine Treppe hier hoch, kannst du bauen. Ach so, okay. Dein Holzchen. Ja gut, das habe ich auch gemacht. Ich komme nicht rein und raus, weißt du. Eingang. Na, das geht ja schon mal viel. Du bist ein bisschen abgehakt, weil du gerade wieder ein bisschen leiser redest als sonst. Ah, okay. Ne, ich habe ja gerade nur gesagt, meine Schaufel, damit geht das ja alles viel schneller. Ja, das ist wahr. Ne, dein Haus ist ja fast fertig, weißt du. Ich mache gerade das Dach und dann kommt halt die Innereinrichtung. Ich brauche nochmals an das Dach denken, ey. Ich brauche gerade den Boden dann machen. Ja, ist halt der Unterschied zwischen uns. Dann muss ich auch gleich mal wieder Holz holen. Könnt ihr so ein paar Sklaven hier gebrauchen? Ja, würde ich mitmachen. Quatsch, das brauchen wir eh nicht. Weil hier kommt ja dann sowas hin. Und, äh, das hier macht dann den Rand, genau. So, können wir jetzt... So. Ah, siehst du, gib mir Holz aus. Aber wie konzentriert man denn doch immer ist beim Bau, ne? Das ist... Ja, ich versuche auch schon ganz simpel dabei zu erzählen, aber... Ja, aber das geht immer nicht. Haben wir irgendwie ein Thema über das wir uns hier ein bisschen auslassen können? Björn, wie findest du denn unsere Gamescom-Woche? Ähm, also ich sag mal so, ich fand sie einfach wunderschön. Es ist nur so ärgerlich, dass sie nur einmal im Jahr ist, weißt du, ne? Zu oft wäre auch cool. Aber so jedes halbe Jahr, so jetzt weiß man wieder, man sieht sie wahrscheinlich ein Jahr lang nicht und so, weißt du, ne? Wenn nicht irgendwas Spontanes kommt oder so. Ja, das stimmt. Das ist immer so ein bisschen schade, aber ansonsten, ich fand's super, also... Ich hab mich gefreut, dass ihr die ganze Woche hier wart. Ich mache euch aber auch froh, dass ihr irgendwann mal wieder weg wart. Ja, also eine Woche ist wirklich, ist wirklich, äh, ja, empty damit halt. Nach einer Woche ist man froh, wenn man die Wohnung mal wieder für sich hat. Richtig. Nee, aber so war super. Aber wie ist das eigentlich, hast du auf die Uhr geguckt? Weil du wolltest ja nach der Stunde blenden. Ja, ähm... Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, wir sind bei 1 Stunde und 2 Minuten, aber wir, so bis 1,6 oder sowas müsste man noch ungefähr. Achso, wegen deiner Pause, ne? Ja, wegen der Pause und dann ein paar Minuten ist ja auch immer noch Verzögerung am Anfang. Ja, das ist richtig. Okay. Nee, aber ich fand's so super halt, äh... Ich hab wenig gespielt. Letztes Jahr konnte ich ja ein bisschen mehr zockern unter Gamescom selber. Aber eigentlich hab ich das gesehen, was ich sehen wollte, hab ich gesehen, außer Black Ops 3. Und da hoff ich jetzt einfach mal auf die Beta. Ja, ich bin ja wirklich gespannt auf das Spiel hier, ähm... Dieses Rainbow Six Siege da. Du hast ja quasi gar nichts gespielt, leider, ne? Nee, nee, nee. Auch ärgerlich. Auf mich hat, äh... Wobei, das wusste man ja vorher auch. Wobei, das wusste man ja vorher auch. Das wusste man ja vorher, dass man da nicht... Als Zocker ist die Gamescom halt, äh... Da sollte man sich vielleicht andere Orte suchen, wenn man zocken möchte. Ja. Ich war jetzt auch wirklich nicht da, um zu zocken, muss ich sagen. Ja, aber dann würde ich sagen, ähm... Langsam mal rund um ein Haus, Richtung so ein Haus, ne? Lasen gehen. Dann gehen wir nochmal schlafen und dann, äh, machen wir hier erstmal eine kleine Aufnahmunterbrechung. Und dann würde ich einfach mal sagen, überlegen dir Björn und ich uns noch für die nächste Folge, ähm... Was für euch Nettes an den Kopf schmeißen. Richtig. An, an Themen, an den Kopf schmeißen. Wenn ihr auch irgendwas habt wohl, sagt dann mal, unterhaltet euch doch da immer mal. Genau, dann ruhig. Während ihr eure kreativen Gedanken an euren Häusern auslasst. Dann haut das einfach raus. Wollt euch in Kommentare. Weil das ist immer schwierig, wenn man so irgendwie auf Erkundungstour geht oder sowas, dann kann man ja noch frei aus dem Kopf reden. Aber wenn man wirklich, ähm, ja, am Bauen ist und sich konzentrieren muss, sag ich mal, dann ist das Thema doch immer ganz, ganz, ganz angenehm. Ja, das ist richtig. Ja, wir können doch nicht schlafen. Von daher würde ich sagen, Björn, ich hoffe, die haben die erste Folge gefallen. Hier, dreh mir ruhig den Rücken zu. Ja, nein, nein, ist okay. Ich freu mich, ja. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Also, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich bin sehr, sehr öfter.